Ja super, das war auch schon ein Schlag und damit hat es auch, wer kann, der kann und damit wird auch der erste Bruch gefüllt und es geht gleich weiter. Ja und wir hatten in unserem Brauhaus-Team hier einmal, wir verteilen würde ich sagen, fangen wir an gute Musik zu spielen. Wir sagen herzlich willkommen im Brauhaus, unsere Tanzfläche hier vorne ist gerne eröffnet, wir spielen Musikklassig zum Oktoberfest und natürlich nicht zu vergessen, wir machen zwischendurch auch nochmal eine kleine Fragerunde. Wir haben ja auch, Brauers hier viel Bier und dazu kommen ein paar Fragen zum Bier, dann geht es mal so ein bisschen um Aida, dann geht es ums Oktoberfest, also alles.